Ein Video bin ich Ihnen noch schuldig zum Thema Therapielinien in der Krebsbehandlung, nämlich die Frage, ob man wie in unserem Beispiel denn auch wirklich jedes Mal das Auto wechseln muss, wenn man nicht mehr weiterkommt. Hallo, mein Name ist Matthias Schäffler, ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Krebstherapie und ich hatte Ihnen schon in zwei vorherigen Videos versucht klarzumachen, wie wir aus Behandlerperspektive so die verschiedenen Therapien planen. Ich hatte dazu eine Reise eines mutmaßlichen Kollegen von mir, eines Urologen namens Sören rekonstruiert, der von Köln nach Madrid kommen wollte, aber nicht per Flugzeug, sondern per Zug. Die Reise stellte sich dann als relativ kompliziert dar, er musste mehrfach die Fortbewegungsmöglichkeit ändern und letzten Endes nicht nur in Madrid anzukommen, sondern sogar auch wieder nach Köln zu kommen, weil er schließlich die bestmögliche Therapie gefunden hatte. Korrekterweise mussten wir dann im zweiten Video nochmal ein bisschen verifizieren, dass das, was ich beschrieben habe, ja eine sogenannte retrospektive Beschreibung ist. Das heißt, ich weiß ja, dass Sören nach Köln zurückkommt. Ergo zweite Video, was damit umgehen sollte, wie das denn aus Patientensicht ist, wenn man quasi gerade mit der Therapie startet und ja überhaupt nicht weiß, ob man nach Madrid kommt oder gar nach Köln wieder zurückkommt oder wie weit man generell kommt. Das hatten wir im zweiten Video beleuchtet und in diesem Video würde ich nochmal eine andere Szenerie konstruieren, die aber enorm wichtig ist, weil sie wirklich unser alltägliches Leben mitbestimmt. Also eine etwas andere Storyline. Sören hat seine Erstdiagnose am Kölner Hauptbahnhof bekommen, wurde getestet molekular und es stellt sich raus, dass er einen Supersportwagen als erste Therapieoption bekommt. Er fährt also mit diesem Supersportwagen los. Allerdings löst sich auf der Strecke irgendwo, wir wissen ja nicht, wo wir sind, wie weit Madrid noch entfernt ist und wie weit wir es von Köln eigentlich weggeschafft haben, ein Rad. Sprich, der Supersportwagen kann nicht weiterfahren. Und Sören ist natürlich erstmal konsterniert, weil ihm durch den Kopf geht, was es sonst noch an mögliche Alternativen gäbe, therapeutisch. Und wie der Zufall so will, findet sich im nächsten kleinen Dorf, was er dann mehr oder weniger zu Fuß ansteuert, tatsächlich eine Kfz-Werkstatt mit einer sehr kompetenten Kfz-Mechanikerin. Die ihm natürlich sagt, nee, du kannst das Auto doch jetzt nicht stehen lassen. Wir müssen doch nur einen Radwechsel durchführen. Wenn das Rad wieder dran ist, kannst du ja weiter mit dem Auto fahren. Das ist ja nicht leer im Tank, das ist ja nicht sonst irgendwie kaputt. Da war einfach nur die Radaufhängung ein bisschen zerstört. Habe ich wieder repariert, kannst wieder weiterfahren. Gesagt, getan, Sören nimmt sein repariertes Auto und landet unter wehenden Fahnen quasi in Madrid zu. Klingt wahrscheinlich erstmal wie ein Paralleluniversum zu dem, was wir ja in den vorherigen Videos gesagt haben, ist aber in der Tat eine relativ häufige und relativ wichtige Sache, die wir uns genauer angucken müssen. Gehen wir nochmal durch, was wir in den ersten beiden Videos zu den Therapielinien gesagt haben. Also wir haben als Startpunkt Köln, das entspricht quasi der Erstdiagnose der Krebserkrankung, und wir haben als Zielort Madrid, was ein sehr langes Überleben mit dieser Krebserkrankung bedeuten würde. Ich hatte dann auch noch in Aussicht gestellt, naja, wenn man von Madrid dann nach Köln zurückkommt, auch das ist ja durchaus denkbar, dann könnte man von einer Art Heilung womöglich sprechen. Tuen wir uns natürlich sehr schwer mit. Und bei unserem Bild zu bleiben, startet Sören mit dem Kinase-Inhibitor. Das ist ja das KI, das ist nicht künstliche Intelligenz oder so, sondern Kinase-Inhibitor, also eine orale Krebstherapie, weil er ja eine molekulare Veränderung hat, die man besonders gut so therapieren kann. Und nach kurzer Zeit fliegt ihm hier an diesem Zeitpunkt halt das Rad weg. Das Auto kann also nicht mehr weiterfahren, ergo würden wir irgendwas erwarten, was so in diese Richtung geht. Dass wir eventuell einen alternativen Kinase-Inhibitor noch zur Verfügung haben und den erstmal geben. Und vielleicht, wenn der nicht ausreichend wirksam ist, da die Chemotherapie zunehmen, dann womöglich ein ADC, womöglich experimentell im Rahmen einer klinischen Studie einsetzen, um am Ende, weil vielleicht auf einmal der Tumor sehr immunogen wirkt, die Kombination aus Immuncheckpoint-Blockade und Chemotherapie letzten Endes nach Madrid führt. Und vieles, was ich in den ersten Videos erzählt habe, finden Sie hier auch wieder. Nämlich Best First, das ist das weiße Auto. Chemo sehen, in Anführungszeichen, hat Sören dann in Madrid zweimal gehabt. Immunogenität, das ist das konstruierte Beispiel ganz am Ende, dass wir da eine Kombination aus Immuntherapie plus Chemotherapie machen. Und wo ich es schon gesagt hatte, Kombination, da sind natürlich einige Kombinationen auch bei. Hier können wir also guten Gewissens überall ein Häkchen hinter machen. Was dieses Beispiel allerdings zeigt, ist ja, dass die Sequenzen besonders wichtig sind. Weil die Sequenzen sich im Optimalfall ja aufaddieren in der Strecke oder, um es konkret zu machen, im Gesamtüberleben. Wir haben das im aktuellen Beispiel aber ein kleines bisschen anders gemacht. Wir haben ja nicht nach dem Verlust des Rads ein neues Auto genommen und das alte stehen gelassen oder verrotten lassen am Weg ran, sondern wir haben da eine Reparatur vorgenommen, die Radaufhängung wieder repariert, neues Rad dran getan, um letzten Endes so einen Verlauf zu haben, dass man mit dem reparierten Auto dann aber auch die ganze Strecke bis Madrid schafft. Und um wirklich bei diesem Autobeispiel zu bleiben, müssen wir uns ja fragen, dieser rote Pfeil, der da ist, der soll ja einen Progress darstellen. Aber hier müssen wir uns das Wording mit dem Progress nochmal ein bisschen genauer angucken. Ist ein Progress immer etwas, was einen Therapiewechsel zur Folge hat? Schauen wir uns deshalb nochmal genauer an, was wir eigentlich unter Progress so zu verstehen haben. Dazu habe ich einen Patienten, das kann ja immer noch Sören sein, der hat insgesamt vier Manifestationen. Im Sörens Fall hatte ich ja schon gepetzt, dass er Lungenkrebs hat. Also in diesem Fall wäre es Lungenkrebs mit einer Lungenmetastase, einer Knochenmetastase und einer Dickdarmmetastase. Das wäre sozusagen der Ausgangspunkt. Und wenn wir im Bisherigen immer vom Progress gesprochen haben, dann hatten wir uns ja sowas vorgestellt, dass unter einer Therapie, die nicht so gut greift, halt alle Tumormanifestationen größer werden oder wie in dem Fall hier sogar eine neue Lebermetastase auftritt. Und hier ist es wirklich überhaupt kein Zweifel, überhaupt keine Frage, dass die Therapie geändert werden muss, weil hier zeigen alle Tumormanifestationen, dass das eingesetzte Mittel oder die eingesetzte Therapie keine Wirkung hat. Also hier, wie gesagt, No-Brainer, hier müssen wir was ändern. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe? Die Knochenmetastase ist verschwunden, die eine Lungenmetastase ist kleiner geworden, die Darmmetastase ist kleiner geworden, lediglich ein Herd ist progredient. Oder wenn hier zum Beispiel noch eine kleine neue Metastase auftritt. Also eine Situation, wo wir ja eigentlich sagen würden, naja gut, der Tumor als Ganzes ist ja irgendwie gut kontrolliert. Mit kleiner werdenden Läsionen, mit einer minimal größer werdenden Hauptläsion und mit einer neu aufgetretenen Hirnmetastase. Und das ist wirklich ein Beispiel aus dem Leben. Das hatten wir relativ häufig, dass zum Beispiel die ersten Tyrosinkinase-Inhibitoren gegen, von mir aus hier, ALK, gar nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden konnten. Das heißt, man einen super Ansprechen im Körper hatte, aber eben Metastasen im Gehirn entwickelt hat. Das ist mittlerweile mehr oder weniger Geschichte, weil die neuen ALK-Inhibitoren alle eine brutal gute Wirkung bei Hirnmetastasen auch haben. Aber wir können es ja trotzdem mal als Beispiel nehmen. Wenn ich nur diese kleine neue Läsion habe oder die etwas größer werdende Hauptläsion, dann würde ich ja nicht zwingend die ganze Therapie ändern, sondern da ist es ja zumindest zu überlegen, ob man diesen einen progredienten Herd halt lokal angeht. Und um es nicht zu unübersichtlich zu machen, nehmen wir die anderen beiden Fälle weg. Also Progress? In diesem spezifischen Fall. Da muss man sagen, jein, das ist ein sogenannter Oligoprogress. Wir hatten mal ein Video gemacht zu oligometastatischer Erkrankungen. Da haben wir gesagt, Oligo heißt einige wenige. Also Oligoprogress in diesem Fall heißt, dass eben nicht der ganze Tumor in jeder Manifestation in Anführungszeichen explodiert, sondern dass man sehr wohl Kontrolle über einzelne Tumormanifestationen hat, aber eben andere einzelne Läsionen hat, die Stress machen. Und diese einzelnen Läsionen wird man jetzt analog zur oligometastatischen Therapie auch nach Möglichkeit lokal therapieren. Und Lokaltherapie, wissen Sie, Stahl und Strahl. Das sind also die möglichen Operationen, die man dann machen kann, oder die möglichen Bestrahlungen. Ganz wichtig, es bleibt aber Stadium 4. Diese lokalen Eingriffe sind in keinster Weise jetzt kurativ intendiert, sondern die sind dazu da, um eben das Gute ansprechen und die gute Kontrolle unter einer Therapie aufrecht zu erhalten. Entsprechend wichtig ist es, dass wenn wir uns die jetzt Prokredienten oder Neuen Herde ins Visier nehmen und die womöglich lokal therapieren, wir nichtsdestotrotz auf jeden Fall mit der systemischen Therapie, wie wir sie bisher verabreicht haben, weitermachen müssen. Wir Onkologen haben mit diesem Vorgehen wirklich gute Erfahrungen gemacht. Es ist nicht so, was man vielleicht befürchten müsste, dass wenn man dann zum Beispiel eine Läsion bestrahlt und die normale Therapie weitergibt, unter der die Läsion ja entstanden oder größer geworden ist, dass dann in kürzester Zeit sofort wieder was da drauf ploppt und neue Probleme macht. Sondern wir haben da wirklich die Erfahrung gemacht, dass man dadurch sehr viel Zeit gewinnen kann und sehr viele Möglichkeiten hat, hinten raus noch an eine Sequenz zu denken. Deswegen als letztes Video zu den Therapielinien. Die sind nicht so in Stein gemeißelt, wie wir sie im ersten Video dargestellt haben. Macht es nicht besser für das, was wir im zweiten Video dargestellt haben, dass ein Patient nicht weiß, wo er sich gerade befindet, wie weit es noch ist, wie weit er überhaupt gekommen ist und was dann auch wirklich jeweils danach kommt. Sondern dass es wirklich eine individuelle Entscheidung ist, wie weiter therapiert wird, ob man nicht womöglich bei oligoprokredienter Erkrankung eben mit lokalen Maßnahmen weiter vorgeht, gleichzeitig die systemische Therapie weiter aufrecht erhält. Wir sind wieder bei der personalisierten Krebstherapie. Jetzt in einem anderen Sinne, als wir das normalerweise von unserer Mutation sagen, beziehungsweise von der zielgerichteten Therapie sagen. Es ist eine höchstgradig individuelle Sache und Entscheidung, wie ein Patient therapiert wird. Jiay, so gut in der synthese constatet werden. ich